so dann schauen wir uns doch mal das neue abenteuer an wo war es denn ach das ist doch draußen na machen wir doch mal gleich das event hier mit die triumf verbindet wenn es gerade schon so schön startet jetzt ist der richtige zeitpunkt höre auf die kleine osiris stimme in deinem kopf wie ich es tue und ohne sie up ja 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 das ja ja Nein, ich komme. So, äh, wo wollte ich jetzt hin? Das Abenteuer, das ist da unten irgendwo. Na 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 na. Das auf und auf. Halt. Okay. Kiste! Kiste! Yeah! Yeah! tschau 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 Diese Simulation muss äußerst wichtig sein Finvex ist nichts wichtiger als eindeutige Daten Oh mir juckt die Backe Hier Oh färb Pistig Peter ist in es Hä wo muss ich Ach jetzt geh ich da durch Hop Nein Nein Soll ich den nicht einfach nur durchrushen Wow Hallöchen Hey Ei 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 Mann Das ist Geronimo Oh Peter ich seh nichts Nein Oh ich sollte vielleicht doch mal ein oder zwei Gegner killen Der nächste mitbekommen Wahoo Wahoo Ich sehe kein Zeitlimit Huh Ich sehe Ich sehe Ich sehe Ich sehe Ich sehe Wenn nicht Ich habe Ich fahre Wenn ich das nicht Unterschenkte Meine Wenn ich etwas generaschen n Zealand Ist Böööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö 2 von 2 diese plattform nein 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 na toll war ja klar das war ja sooo klar ne ja 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 vernichte die achso ich muss eh alle vernichten sooo oh oh so so wuuh oh 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 ich hoffe der wo jetzt gerade runtergefallen ist und nicht dass das irgendwie so ein Glitch ist und die Mission nicht beenden kann weil ich den nicht vernichten kann weil ihr unten ist Was ist das? Ahhhh Ausgezeichnet Yeah So Zack Zack Zack